Ich heiße Andreas Javasek, bin gelernter Werkzeugmechaniker bei Fedron Mogul und habe mich erfolgreich zum Industriemeister Metall fortgebildet. In der Vergangenheit war der Industriemeister der Fachmann bei der Herstellung des Produktes. Mittlerweile hat sich das Berufsbild dann doch entscheidend geändert. Er übernimmt zu seinen Führungsaufgaben im Betrieb auch organisatorische, planerische Tätigkeiten. Er wirkt aktiv an Verbesserungsprojekten mit, bildet seine Mitarbeiter weiter aus, unterstützt diese bei Problemstellungen. Der Vorteil der Weiterbildung zum Industriemeister Metall für einen selber ist halt, dass man auch vieles für sein Leben lernt. Das heißt, man lernt zum Beispiel ein strukturiertes Abarbeiten von Problemen und Aufgaben, kann dieses natürlich dann auch im privaten Umfeld nutzen. Der Arbeitgeber hat den Nutzen, dass junge Mitarbeiter durch die Ausbildung zum Industriemeister Metall mit neuen sowie auch langzeitig bewährten Arbeitstechniken und Technologien vertraut gemacht werden und diese dann in der täglichen Praxis vor Ort einsetzen können. Ganz wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, Industriemeister Metall zu werden, ist, den geeigneten Bildungsträger zu finden. Immer ganz nützlich ist es auch, sich an die Weiterbildungsberatung der IHK zu wenden.